hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge von youtubers live ach schatzi war shoppen ja jetzt müssen wir mal schauen warum wir eigentlich unser netzwerk verloren haben schutz vor copyright verstößen 90 prozent ist natürlich schon ordentlich minimum die hammer 20k muss ich da ein event besuchen habe ich das verpasst es wird ein hochrangiger benutzer gebraucht um aufträge zu stellen oder habe ich hier die 300k ne die hatte ich versuche mal nächsten monat wieder beizutreten einen monat sind wir gesperrt äh tja mädels du warst julie äh mach doch bitte ein video irgendein pc spackt da schon wieder rum ähm mach mal ein gameplay naja machs ruhig an dem platz hier ich geh jetzt mal den pc grad suchen der da so rumpratzt ist der? ne eins zwei drei vier arbeitsplätze habe ich wohl sind der vierte ist der oben ich kenne mich in meiner eigenen wohnung nicht aus da haben wir ihn doch soo du darfst bitte mal einen kurs belegen hast du den schon fertig? starte kurs äh ja beziehung ist sehr gut du machst äh wir können mal ein neunschaftsprojekt aufnehmen äh machen wir jetzt erstmal nicht dazu müssen wir aber ein pc video neben sonst spackt das ganze dann nachher nur wieder rum haben wir überhaupt noch eins playstation pc call of fury und machen wir trotzdem ein dual phone ähm ähm da geben wir dann an den arbeitsplatz zwei drei äh stereo ähm äh ähm soo ähm ähm wo sind wir denn? ähm 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 wir Wir sind durchsichtig, sehr faszinierend, das ist ja schon geil. Wir sind nicht da, aber wir spielen. Faszinierend. Ich mache ganz unsichtbar einen wütenden Schrei. Äh, oh, ich hätte schlafen sollen vorher, egal. Wo bin ich denn? Ja, okay, dann geh pennen. Julie, Kylie, Georgia. Ja, ich kann nichts machen, solange ich nicht ausgeschlafen bin. So, jetzt müssen wir aber mal das Video fertig machen. Bevor das nicht fertig ist, kann ich hier nämlich auch nicht das von der... Äh, schon wieder ein PC, der kaputt geht. So, die Auswahl ist ja doch recht übersichtlich. Oh, da kommt jetzt andere... Andere Program. Oh. Hochladen. Höhe nach unten. Ich zeige mal das Ergebnis. Julie heißt sie genau. ja ich habe es mit namen nicht so ich habe schöne klamotten für dich gefunden konnte nicht widerstehen gut ich glaube wir müssen bald wieder essen kaufen du darfst noch ein video machen da können wir gerade noch ein gameplay von machen mach es mal an arbeitsplatz 2 bitte ohne ausgabe davon ein paar salate, pizza ist nicht schlecht, hamburger ok dein kurs zahlt das nicht den reparieren wir ähm mach du auch mal bitte einen kurs georgia der bringt 8 klingt gut dann gehe ich auch dafür gaming videos machen sind alle nicht so der hit ich brauche mal wieder neue PSP ähm machen wir mal noch einen Walkthrough hmmm 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 tanzende begrüßung professioneller kommentar alles schatzi feierlicher schreien ähm noch ein professioneller kommentar ähm tja passt nicht aber was anderes geht nicht fachlicher kommentar 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 Der, dann der, dann der, ah da schieben wir den noch dazwischen. Den müssen wir eigentlich unterbringen. Dann, was haben wir denn? Orange brauchen wir. Was können wir hier noch pushen? Das braune. Haben wir noch ein bisschen violett. Jawohl. Und das wars. Rendern. Und hochladen. Okay. Ich zeig mal das Ergebnis. Das machen wir noch bevor wir ins Kino gehen. Ich muss auch mal mit Schatzi wieder los. Das laden wir auch hoch. Äh, geht. Die zwei sehen völlig gleich aus. Da weiß ich nie, wer ist Julie. Wer ist Karin? Sind das Zwillinge? Gehen wir noch was? Dann machen wir mal ein Interview. Ja, blablabla. 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 Wie geht's dir so nach dem Kurs? Was? Macht's dir Spaß für mich zu arbeiten? Mhm. Äh, sieh mir eine Kritik. Ich interview doch. Äh, dort war's mal wieder gar nichts. Ich hätte was mit Grün nehmen sollen, nicht Depp. Egal. Wer bist'n du? Tyreen. Ich schau mal hin, bevor da jemand anders auf die Idee kommt. Okay. Eine große Ehre. Jetzt schauen wir uns zum, keine Ahnung wie viel mal den Kinofilm an. Wo sollen wir sitzen? Dann setzen wir uns doch dahin. Wobei, hier hätten wir mehr Beinfreiheit gehabt, ne? Auf geht's. Zwischendrin können wir reden. Den Film habe ich eh schon zehnmal oder so gesehen. Das braucht kein Mensch so oft. Und... Boah, je nach Film gibt's ja manche, die da... ...fass täglich reingehen. Ach, das kommt von... ...von dem da. Ich dachte gerade was... ...sprüht denn da Funken im Kino. Das war nicht so vertrauenserweckend. Wo ist jetzt mein Video? Ist das weg? Darf ich nicht mal im Kino mit meiner Begleiterin reden, ohne dass mein Interview verschwindet? Was? Okay, gehen wir ein. Kommst mit? Ah ne, da ist es ja. Da brauchen wir... ...Kardioid-Ausgabe. Was auch immer das ist. Ich glaube ich muss Schatzi noch wieder Geschenke machen. Lass sie reden. Es haben schon die Ärzte gesungen. Lass sie reden. Titel müssen wir noch pushen. Elf. Da geht doch bestimmt noch mehr, genau. Dann machen wir noch ein bisschen von dem, ein bisschen von dem. Und das war's. Und hochladen. Ich geh mal mit Schatzi reden. Dann haben sie mal. Kissen sie mal. Reden dann noch ein Ründchen. Und du machst bitte ein Video. Danke. Präsentation. Danke. Erstmal kein Bedarf. Hallo. So. Könnt ihr zwei euch mal voneinander lösen. Kriege ich die nur so da weg? Haben wir irgendein... ...PC-Spiel? Play Studios. Oh, nehmen wir das mal. Wir gehen auf Arbeitsplatz 2. Stereo-Ausgabe. Was macht ihr zwei da? Zickt ihr euch an oder was? Schatz? Schatz? Schatz will ich nicht. Äh... Und solange Schatz nicht will, solange kann ich hier nichts machen. Jetzt weiter. Endlich. Äh... Du hast bitte einen Arbeitsplatz 1. Wann an 2 bin ich? Ich war endlich die Nummer 1. Der Traum meines jeden YouTubers wurde für mich Wirklichkeit. Ich war der beste YouTuber der Welt. Was kommt als nächstes? Hi Frank, ich bin ein ehemaliger Mitbewohner. Du wohnst da und arbeitest bei mir. Ich habe gehört, dass man im All ein Anwesen baut, wo nur eine Person hinkommt. Das musst du sein, Frank. Wenn du deine Position halten willst, musst du da hin. Die momentane Nummer 2 im Ranking. Kajin will den Ort versichern wieder die Nummer 1 zu werden. Ne, will ich nicht zulassen. Ich will jetzt mal ein Video machen. Verdiene 100.000 Dollar und finanziere den Start für deine Villa im Weltraum. In ein paar Wochen. Äh... Wo ist jetzt Annika hin? Mädels, Mädels. Ihr macht mich fertig. Ja, Annika ist verschwunden. Ich kann nichts machen, weil ich kann nicht mal das Video abbrechen. Deswegen sage ich erstmal Tschüss, danke fürs Zuschauen und bis morgen.